Und wir bleiben noch bei der Rammstein Thematik und zwar hat Solmecke ein Video über den jüngsten Veränderungen innerhalb der Thematik gebracht und da gehen wir natürlich direkt rein. Jetzt also doch, die Staatsanwaltschaft Berlin, die hat ganz offenbar ein Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann wegen sexuellen Übergriffs bzw. des Verdachts des sexuellen Übergriffs gegenüber Fans eingeleitet. Das berichten heute übereinstimmend verschiedenste Medien. Und dann noch das, Shelby Lynn, diejenige, die das ganze Rammstein-Verfahren ins Rollen gebracht hat, wehrt sich dagegen, dass die Polizei in Vilnius das Verfahren nicht weiter betreiben will. Ich kläre euch über den neuesten Sachstand hier auf. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich berichte schon seit einigen Tagen hier über den Rammstein-Fall. Deswegen lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wir werden das weitere Verfahren natürlich hier weiter im Blick behalten. Zwei News bestimmen heute das Tagesgeschehen. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Vielen Dank fürs trotzdem dabei bleiben. Einerseits Shelby Lynn, die sich geäußert hat, die sich auch in den letzten Tagen immer wieder geäußert hat. Und andererseits natürlich die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft. Beginnen wir erstmal mit Shelby Lynn. Die ist sauer, weil die litauische Polizei gesagt hat, ihr seht es hier in der Welt, die haben es heute gebracht. Ach, Beschwerde. Die litauische Polizei hat gesagt, wir ermitteln nicht gegen Till Lindemann. Und jetzt sagt sie, naja, ich erhebe aber hier schwere Vorwürfe und ich wehre mich jetzt und werde Beschwerde einlegen. Also sie will sich damit auf keinen Fall zufrieden geben. Und deswegen wird jetzt hier von ihr Beschwerde gegen die Polizei eingeleitet. Wobei die Staatsanwaltschaft in Litauen schon gesagt hat, wir sind uns noch gar nicht so sicher, ob wir ermitteln werden oder nicht. Die Polizei hat uns zwar geraten, nicht zu ermitteln, weil schon gar kein Anfangsverdacht gegen Lindemann vorliegt. Aber die Staatsanwaltschaft kann das trotzdem noch machen. Sie kann auch in Litauen trotzdem noch ermitteln, weil sie beispielsweise selber... Die Staatsanwaltschaft nicht in Deutschland anfängt zu ermitteln, können die sich ja eigentlich mal so ein bisschen mit der litauischen Staatsanwaltschaft... Das macht ja schon Sinn. Der Meinung ist, vielleicht liegt kein Anfangsverdacht gegen Lindemann vor, aber dafür gegen andere. Denn Shell Belen hat ja immerhin in den Raum gestellt, ihr sollen Drogen verabreicht worden sein oder K.O.-Tropfen zumindest. Dafür ist sie übrigens abgemahnt worden. Es gab auch eine Petition, die sollen Abgemahnte unterstützen. Da sind also schneller Gelder zusammengekommen, als man gucken kann. Interessanterweise ist es so, dass mittlerweile zwei Anwaltskanzleien unterwegs sind. Die eine Anwaltskanzlei vertritt die Band Ramstein und die hat schon vor einiger Zeit gesagt, naja, wir wollen den Opfern keine Abmahnung schicken, die sollen ihre Version darstellen dürfen. Und die andere, Scherz Bergmann, habe ich euch gesagt, die vertritt offenbar persönlich Till Lindemann. Und die lässt tatsächlich offenbar doch... Da wird halt eine andere Schiene gefahren, okay. Okay. Leute abmahnen, die behaupten, hier seien K.O.-Tropfen verabreicht worden. Also da wird es schon schwierig, wenn Ramstein zwei unterschiedliche Anwälte hat. Die eine Anwaltskanzlei sagt, hier, ihr könnt euch äußern, an die Opfer gehen wir nicht ran. Und die anderen, wenn sie sich dann äußern, wird rangegangen. Also das ist jetzt ein bisschen, da müssten die sich wahrscheinlich intern mal... Ja, hast du völlig recht. Da kann man echt davon, ähm, darüber sinnieren, ob da halt wirklich interne Probleme, Disput-Gleitigkeiten herrschen. Ich fand, auch im letzten Video, das hatte, ähm, Sollmerke nochmal klargestellt. Im letzten Video nämlich, da hatte die Rammstein Band ein Statement gebracht, dass sie nicht zusammen mit Till Lindemann in dieser Bar waren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, in Vilnius. Sondern Till Lindemann war alleine da. Sie haben sich sozusagen in Bezug zu diesem Event klar von ihm distanziert. Also, das klingt für mich nicht so wie eine Band, wie eine Crew, die an einem Strang zieht. Sondern, dass da klar aufgezeigt wird, so, hey, ne, das ist sein Bier und er klärt das für sich. Und wir klären unser Bier, was uns betrifft, für uns. Proordinieren wirkt mir jedenfalls ein bisschen kurios, was da gerade passiert. Shell Berlin hat ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass sie mit dem Vorgehen der Polizei in Vilnius überhaupt nicht einverstanden ist. Naja, und jetzt heute die Meldung aus Berlin, dass jedenfalls die Deutschen ermitteln. Also kein Ermittlungsverfahren in Litauen, wohl aber ein Ermittlungsverfahren in Deutschland. Darüber berichtet der Tagesspiegel heute als erstes. Und exklusiv weitere sind dann auf den Zug drauf aufgesprungen. Schauen wir uns mal an, weswegen hier ermittelt wird. 177 Strafgesetzbuch ist hier der Vorwurf. Und wir gucken, was hinter diesem 177 Strafgesetzbuch steckt. Aber vielleicht für euch nochmal der Hinweis. Vielleicht hört ihr ja Rammstein Musik beim Musikstreaming-Dienst Deezer. Naja, und dieser Deezer-Dienst ist gehackt worden. 14 Millionen Deutsche sind betroffen. Eure Daten. Gute Nacht, Domi. Eine wunderschöne gute Nacht. Einen wunderschönen Nachschlag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Sind im Dark Web gelandet. Ihr könnt mal checken, ob eure Daten wirklich abhandengekommen sind, indem ihr auf den QR-Code klickt oder unten in der Caption auf den Link. Und dann kommt ihr zu dieser Seite. Einfach kurz E-Mail-Adresse eingeben. Und das war es auch schon. Wir versuchen 1000 Euro für euch geltend zu machen. Ja, was sind jetzt die Neuigkeiten, die der Tagesspiegel hier exklusiv hat? Also, es gab offenbar die Justizsenatorin Felor Badenberg in Berlin. Die hat auf Anfrage des linken Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg bei einer Ausschusssitzung des Justizausschusses Stellung dazu genommen, ob in Berlin gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ermittelt wird. Heute war das Abgeordnetenhaus zusammengekommen und dort ist eben auch diese Mitteilung entsprechend gemacht worden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ist aber trotzdem dann an die Öffentlichkeit gedrungen. Da heißt es, die Staatsanwaltschaft habe, das ist jetzt interessant, von Amts wegen des Verdachts nach 177, Strafgesetzbuch, Ermittlung eingeleitet. Zudem legen mehrere Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gegen Lindemann vor. hieß es. Also gibt es doch mehrere Strafanzeigen gegen ihn. Also haben sich doch Leute getraut, ihn anzuzeigen. Krass. 177 gucken wir uns genauer an. Die Bild-Zeitung ist auch vor einigen Stunden dann darauf aufgesprungen. Die Bild-Zeitung sagt, auch hier, Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Till Lindemann. Die sagen, es wird in zwei Fällen ermittelt. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. In diesem Sinne, Ehre, vielen Dank zu den Fanshop. Sieben Monate Support. Das gibt Abschiedsliegestütze. Vielen Dank. Sieben Monate Support. Jetzt nochmal die 5. Das ist aber groß. Ah, der Publikum. Der Schmerz. Der Schmerz. Ja, da geht's. Der Schmerz. Da wird einerseits gesagt, es wird von Amts wegen ermittelt. Und einerseits, das ist dann, ja, wegen der großen Berichterstattung der letzten Tage. Und andererseits, wegen zwei Fällen. Da sieht es so aus, dass sie zwei Frauen eben Strafanzeige erstattet haben. Das könnte die eine Variante sein. Oder die andere. Ja, dafür sind die Linken tatsächlich gut. Das muss man ihnen wirklich sagen. Loben so. Wenn sie in Aufsichtsräten sitzen oder so. Oder in Untersuchungsausschüssen oder sowas. Da haken die schon sehr kritisch nach. Das ist schon gut. Und gerade in solchen Geschichten, so dem Staat mal auf den Finger gucken, so, ne? Das ist schon nett, dass da mal nachgefragt wird. Man hat sich einfach die Medienberichte durchgelesen. Das Ganze wird auch noch bestätigt von der Tagesschau. Heute um 15.29 Uhr, dass es dort Ermittlungen gab. Das hat also auch der RBB herausgefunden. Die haben offenbar über die Justizsenatorin sind die gegangen. Spannend ist übrigens, dass die Staatsanwaltschaft selbst gesagt hat, wir äußern uns hier nicht. Hier ist zwar eine Anzeige, hier könnte eine Anzeige eingegangen sein oder wir könnten Ermittlungen, aber wir sind noch in so einem frühen Stadium, dass die Unschuldsvermutung für Lindemann gilt. Wir müssen ja überhaupt erst mal ermitteln können, überhaupt erst mal Tatsachen zusammentragen können. Wir haben jetzt auch was gehört in den Medien. Da gibt es verschiedenste Frauen, die sich äußern, aber wir wissen doch gar nichts. Deswegen wollte die Staatsanwaltschaft nichts sagen. Deswegen wollte man auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur im Justizausschuss hier was sagen, beziehungsweise in Berlin eben hat die Justizsenatorin etwas gesagt. Der Ausschuss, ja, es war der Justizausschuss, hat dann eben erfahren, was da passiert ist. Und klar, wie das so ist, dann ist es auch an die Öffentlichkeit gekommen. Also Staatsanwaltschaft selbst hat die Klappe gehalten, weil sie sagen, Unschuldsvermutung, wir wissen nicht, wer es war, was passiert ist. Wir wissen nicht, wer recht hat. Denn eins muss man ja auch sagen. Lindemann selbst, der sich durch eine Berliner Anwaltskanzlei vertreten lässt, da hat schon vor einiger Zeit gesagt, das stimmt nicht. Hier sind keine K.O.-Tropfen verreicht, abreicht worden. Ich habe auch keine, mit Gewalt habe ich keine sexuellen Übergriffe gegen Frauen begangen. Also er weist die Vorwürfe entschieden zurück. Dagegen wiederum, etliche Frauen, die jetzt wirklich in allen möglichen Medien sich äußern. Ist ja klar. Rockstar, viele Jahre sind vergangen, da wird er sicherlich mit der einen oder anderen Frau, tippe ich jetzt mal, Sex gehabt haben. Das da deutet jedenfalls alles drauf hin. Und wenn die sich jetzt nochmal überlegen, wie ist das eigentlich damals gelaufen, könnte es sein, dass er nach und nach jetzt die eine oder andere Anzeige eintrudelt. Jetzt nach Bild-Zeitung sind zwei Anzeigen da. Und nach Meinung des Tagesspiegels, sowohl Anzeigen als auch Ermittlungen von sich aus, weil es einen Verdacht gab. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns erstmal an, weswegen die Staatsanwaltschaft hier ermittelt. 160 Strafprozessort. Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige, das könnte sein, oder auf anderem Wege Verdacht von einer Straftatkenntnis erhält, hat sie eben Ermittlungsverfahren einzuleiten. Oder muss ich erstmal Sachwahl aufklären und nachher ein Ermittlungsverfahren einleiten. So, das ist erstmal etwas, was 160 die Staatsanwaltschaft sowieso als Pflicht auferlegt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht zu besonders. Ich hatte ja sowieso schon mich gewundert, dass hier noch nicht ermittelt wird. Hatte immer vermutet, das muss aber bald kommen. Dafür ist einfach schon zu viel auf den Tisch gelegt worden. Verschiedenste Frauen behaupten ja, was Lindemann bestreitet. Sie hätten kaum... Und vor allen Dingen ist der öffentliche Diskurs halt auch so laut geworden, dass man das eigentlich auch nicht mit wahrnehmen kann. Also dementsprechend war das eigentlich der notwendige Schritt jetzt von der Staatsanwaltschaft. O-Tropfen bekommen und dann sei sozusagen Sex mit ihnen gemacht worden. Sie seien aufgewacht und plötzlich lag Lindemann auf ihnen und er sagt so, nach dem Motto, soll ich weitermachen? Das waren ja Behauptungen, wohlgemerkt, Lindemann bestreitet, die die Frauen in den Raum gestellt haben, sind die aber einmal in der Welt. Naja, dann hat die Staatsanwaltschaft Kenntnis und das stand ja nun wirklich in allen Medien mittlerweile drin. Also hier haben wir jetzt Ermittlungen. Das war dann keine, mal eben so am Stammtisch erzählt, Behauptung, sondern es waren eidenstattliche Erklärungen. Wegen 177. Und den wollen wir jetzt mal Stück für Stück durchprüfen. 177 Strafgesetzbuch. Sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Gucken wir uns das mal an. Also vielleicht der eine oder andere hat es ja auch schon mitbekommen. Da heißt es zunächst mal, ja, Lindemann hat seine Macht missbraucht. Der ist ein super Rockstar und deswegen schlafen die Frauen ja nur mit ihm. Und dieser Machtmissbrauch, der muss jetzt geahndet werden. Da muss man vorsichtig sein. Das ist strafrechtlich nicht relevant. Die himmeldehung. Moralische Debatte, genau. Die führt ja nicht der Staat, sondern das führen wir als Gesellschaft. Das kann man kritisieren. Haben wir ja auch gesagt, aber der Staat agiert da ja nicht. An, haben vielleicht Bock mit dem zu schlafen. Da gibt es ja auch in den Berichten einige Frauen, die sagen, ja, ich bin da nochmal zu ihm hingegangen. Ich habe mit ihm geschlafen, ja, und dann nochmal versucht, in seine Nähe zu kommen. Das heißt, die wollten auch den Sex. Also dieser Machtmissbrauch, klar, weil man einen Popstar anhimmelt, das ist nicht das Problem. Ein Problem ist dann, wenn man nicht mehr komplett frei entscheiden kann. Und das gucken wir uns jetzt mal näher an. Also da sind wir vor allen Dingen hier, drinnen oder eben entgegen die, sogar man hat frei entschieden, entgegen den erkennbaren Willen eine entsprechende Handlung vorgenommen werden. Gucken wir uns das mal an. Wer gegen den erkennbaren Willen, also das ist die Norm, weswegen die Berliner jetzt ermitteln, 177, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, oder dieser Person zu vornamen oder du luksexuelle Handlungen an oder von Dritten bestimmt, wird mit Freistrafe sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das hatten wir ja auch im letzten Video. Das ist eine Norm. Sexueller Übergriff, aber sehr, sehr schwierig. Da geht es um sexuelle Handlungen allgemein. Da geht es noch nicht um miteinander schlafen, sondern sexuelle Handlungen allgemein. Aber sehr schwer zu beweisen. In der Vergangenheit war es sehr schwer zu beweisen, weil man immer zeigen musste, gegen den Willen dieser Person. Ja, ich sage mal so, da ist ja keiner bei gewesen. In den wenigsten Fällen war da einer dabei, im Hotelzimmer nicht und in diesem angeblichen Dark Room unter der Bühne war auch niemand dabei. Also das wird schwierig. Aber der 177, es heißt ja nur insgesamt wegen 177 wird ermittelt, hier haben wir noch andere Tatbestände, die in Betracht kommen könnten. Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zu vornamen bei sexuellen Handlungen vor einem Dritten bestimmt, wenn, und jetzt wird es spannend, der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. So, da sind wir in der Situation mit K.O.-Tropfen. Klar, da kann ich nicht sagen, nein, weil dafür habe ich ja dann die K.O.-Tropfen. Und wenn der Täter... Aber was ist mit übermäßigem Alkoholkonsum? Also wenn du dazu überkomplimentiert worden bist, um eher und mehr Alkohol zu trinken, dann kannst du doch auch keinen entgegenstehenden Willen bilden in Bezug zu G.V. ...person bewusstlos gemacht hätte oder sie von Dritten bewusstlos gemacht worden ist, dann können sie den entgegenstehenden Willen nicht äußern. Und dann nutzt man die Situation aus. Der Bundesgerichtshof hat sich dazu wie folgt mal auseinandergesetzt. Er sagt, ein Ausnutzen liegt schon dann vor, wenn dem Täter eine Auseinandersetzung mit einem stets möglichen entgegenstehenden Willen des Opfers erspart bleibt. Das heißt auf gut Deutsch, man macht das, man gibt die K.O.-Tropfen, damit die bloß nicht Nein sagen können. Das ist schon ein Ausnutzen, damit die da einfach nur liegen, schlafen, dann aufwachen, was denn hier passiert. So das wäre schon ein Ausnutzen, wenn man, wenn die Person überhaupt nicht in der Lage ist, einen Willen zu bilden oder zu äußern. Das ist die Variante Absatz 1. Neben dieser Variante ist das Verabreichen von K.O.-Tropfen auch noch eine gefährliche Körperverletzung und wir haben noch entsprechende Qualifikationstatbestände hier in dieser Norm, also die machen es dann nur noch schlimmer, 177 Absatz 5 ist das, glaube ich, Nr. 1. Da sagt man nämlich, das Verabreichen von K.O.-Tropfen ist auch eine Gewaltanwendung, sagt die Rechtsprechung. Und wir haben noch den Absatz 8. Da geht es darum, dass K.O.-Tropfen auch noch ein gefährliches Werkzeug sind. Ah ja, hier, Nr. 1. Bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet und dann kommt man nicht unter 5 Jahre ins Gefängnis. Und wenn das rauskäme, wenn sich das bestätigen lassen würde, das wäre richtig heftig. Deswegen ist es natürlich auch klar, dass Lindemann da sagt, ey Leute, mit K.O.-Tropfen hatte ich hier nun gar nichts zu tun. Also das wird klar von ihm abgestritten. Aber die Vorwürfe stehen nun mal von mehreren Frauen im Raum. Dir kann man noch so viel abmahnen, diese Frauen. Das ist jetzt, ehrlicherweise finde ich, auch ein bisschen Quatsch. Ja, das ist doch meine Rede. Klar, sie dürfen es jetzt auch, besser wäre es natürlich, die Frauen würden es gar nicht in der Öffentlichkeit sagen, sondern bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstatten. Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, klärt das in Ruhe auf. Und dann, ja, kommen die Verantwortlichen ins Gefängnis oder kommen nicht ins Gefängnis. Aber dann ist sozusagen eher Ruhe in der Geschichte. Ähm, so, ja, ist es natürlich schwierig, weil die ganze Öffentlichkeit... Aber es führt dann natürlich nicht zu einem gesellschaftlichen Dialog und zu einer Aufklärung allgemein. Ich denke also... ...hier miträtselt. Und außerdem haben wir noch andere Dinge, die auch sein könnten, wenn der Täter es ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist. Es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert. Na, was könnte das sein? Das wiederum muss ich sagen, da gibt es schon viel mehr Äußerungen. Erheblich eingeschränkt. Also, besoffen, dizzy, irgendwie nicht so im Vollbesitz der geistigen Kräfte. Da schreiben viele, dass sie nicht wissen, was passiert ist. Die sagen nicht alle K.O. drauf. Die sagen nicht, ich bin völlig outgenockt worden, aber ich war eben erheblich eingeschränkt. Ich konnte so den Willen gar nicht mehr so ganz bilden. Das ist wirklich häufiger schon beschrieben worden. Wohl wichtig zu sagen, ich weiß nicht, was wahr ist. Aber wir müssen zumindest auf den Tisch legen, dass es diese Äußerungen gibt, dass da sehr stark angetrunkene Frauen, die nicht mehr wussten, was los war, dann irgendwie im Bett mit Lindemann angeblich gelandet sind. Und da muss man sagen, wenn das sich als wahr herausstellen würde, dann könnte das ein Ausnutzen sein. Es sei denn, man hätte sich vorher vergewissert, dass die Person einverstanden ist. Und hier geht es ja dummerweise oder schlimmerweise nicht nur um ein bisschen Fummel oder Petting. Nee, hier geht es im Absatz 6 auch um möglicherweise besonders schwere Fälle. Und da sehen wir hier, der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt. Das ist die ursprüngliche, oder das ist die Vergewaltigung. Ja, also da geht es um den Eindringen in den Körper. Das kann miteinander schlafen sein, Oralsex, Analsex. So, und das ist dann, dann kommt man nicht unter zwei Jahren ins Gefängnis. Ich meine, es geht bis 15 Jahre. Ey, ey, es ist so wenig, Mann. Die Mindestgrenze ist so niedrig, ey. Also das ist dann wirklich, ja, die, die, eine sehr, sehr schwere Straftat. Und das Problem ist, wenn wir oben den Tatbestand verwirklicht haben, dass wir sagen, hier sind K.O.-Tropfen vergewaltigt worden und das auch noch hinzukommt, dass dann mit den Menschen, und den Frauen vor allen Dingen, natürlich auch geschlafen worden ist, ja, dann zwei bis 15 Jahre Gefängnis. Aber, sehr, sehr wichtig, das muss man hier einfach sagen, es kommt immer darauf an, was nachher bewiesen werden kann. Und da das Ganze ja nur die beiden wissen, die im Raume waren, und ob die es beide so genau wissen oder ob die nicht beide irgendwie unter Drogen standen, das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Das heißt, ja, jetzt muss die Berliner Polizei einfach die Ermittlungen durchführen. Was sie alles ermitteln wird, das habe ich euch gerade, glaube ich, recht ausführlich aufgezeigt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt in der Zukunft, dann lasst gerne ein Abo da. Wir werden den Fall hier an dieser Stelle auf jeden Fall weiter verfolgen, gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt erstmal ein erster Schritt seitens der deutschen Behörden. Was dabei rauskommt, vollkommen offen, vollkommen offen. Rammstein zieht die Tour durch, so wie ich das für die Medien genommen habe. Die spielen erstmal weiter, haben den Song Pussy und die Peniskanone aus dem Konzert rausgenommen, erstmal, um nicht noch weiter zu provozieren, aber ansonsten sehr professionell werden die Shows durchgezogen. Es gibt Forderungen, es gibt Demos, Proteste, die Shows zu stoppen, aber insgesamt, ja, hatte die Berichterstattung in den letzten Tagen etwas abgenommen, ist aber heute natürlich sofort wieder nach oben geschossen, nachdem klar ist, ja, es gibt Ermittlungen in Deutschland, nachdem Litauen eher nicht ermitteln wollte. Das sind die neuesten News zur Causa Rammstein beziehungsweise Till Lindemann. Lasst ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder mit diesen beiden Videos. Könnt ihr euch die Zeit bis dahin vertreiben. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.